Oh, ihr schon wieder? War das gut? Nein, herzlich willkommen bei ARK. Wir sind doch immer hier und... Nee, ist kacke. Geht schon. Wir haben einfach mal den Alpha machen lassen. Es wollte keiner, deswegen hat der Alpha mal... Ja, und das... Tappt da in die Hand, genau. Ich war noch ne Jungfrau, also... Verzeiht mir das jetzt. Jetzt habt ihr ihn nicht Jungfrau. Ey, die Folge muss ich zunehmen. Das wird sich ziemlich merkwürdig haben. War es doch? Ich fühl mich jetzt anders. Fühlst du dich benutzt? Nein, einfach anders. Anders anders? Markus anders? Thomas anders? Oh je... Die kenn ich ja noch nicht, mal geh weg. Wir haben wieder Megalecks, also gehen wir heute auf. Ja, ich hatte gerade auch das Verf... Oh, ich hab Stempel. Keine Ahnung, was momentan los ist. Ja, ich kacke irgendwie, ne? Ja. Guck mal, wo die rumkammeln. Ach, da! Kann ich die mitnehmen? Tatsächlich, ich kann Patchy mitnehmen! Ah, du bist so süß, ich töte dich! Irgendwie war das sehr creepy. Das passiert, wenn... Keksi was süß findet. Iiiiiiii... Schreibt ja nicht, dass ihr sie süß findet, sonst habt ihr ein Problem. Hahaha Ihr kommt und tötet euch. Wenn ihr schlaft, schläft. Aber, aber nur wenn ihr süß seid, ne? Also... Hört auf süß zu sein! Hahaha Häßlich, sei häßlich! Hahaha Oh, so dämlich, ey, es geht nicht. Also sollen sich die beiden mit Hautproblemen bei dir melden, oder wie? Hahaha 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 Ja, so richtig große Akne-Pickel in der Fresse. Hahaha Ja! Freuen wir doch alle! Da wird mir gleich ganz warm! Guck da, Süße! Hahaha Da wird ja schon mal ganz furcht, wa? Hahaha Hahaha Warte mal, ich guck mal unten auf den Boden. Irgendwo muss das Niveau sein, warte. Hahaha Nein, ich hab's gar fast schon gesungen. Das ist nicht immer zu finden. Es läuft nackig mit nem Cocktail über ne Wiese. Hahaha Hahaha Oh Mann ey Was ist Niveau? Kann man das essen? Vielleicht? Grillen? War das überhaupt schon mal Niveauvoll hier, oder so? Hahaha Ne Ne Ich kann mich nicht dran erinnern, irgendwie Na, also Niveauvoll ist nicht in meinem Vokabular vertreten, tut mir leid. Ne, Niveauvoll ist nicht innen, also von daher Ja Am besten müssen wir so ganz viele rote Kreise und Pfeile auf unser Thumbnail machen, die ganze Zeit nur von Titten reden, Titten in die Kamera halten. Ja, genau. Titten in die Kamera halten. Und ja Und dann läuft das schon. Ja, das wird von der Jugend heute geklickt. Ja, ist einfach so, es ist voll traurig, aber... Ich hab auch schon überlegt, demnächst mach ich in jedes Thumbnail Pateten rein, vielleicht funktioniert's ja, oder lass da irgendwie irgendwelche blonden Girls da vorne drauf, oder so. Ja Aber... Dein Mahmoud kotzt! Was? Aber woher kotzt eins? Hä, was misch du dich denn jetzt da ein? Wie, du bist nackig, geh weg! Alter! Alter! Wie lange das dauert, bis die shit ran! Was soll sterben? Ich muss leider arbeiten. Tut mir leid. Oh, ich töte hier so ein paar Dinger und es dauert fast. Die sind mit diesen Stacheln, die wir getamed, der einer da getamed ist, sowas. Ach komm, Kirby, kann ich mit dem weitermachen. Hau ab! Hau ab! Wenn du so einen haben willst, ich habe leider gerade die ausgerottet hier. Ein T-Rex! Oh, die geben viel Fleisch! Was, wo T-Rex? Junge! Angeflogen! Da kommt wirklich einer von da hinten! Von da hinten, ja! Oh! Da-da-da! Wo ist er denn? Also jetzt nicht der T-Rex, sondern... Mach ich kaputt! Hab ich das schon mitgenommen, anscheinend? Wird getroffen! Ich auch. Ja, kann doch nichts. Mit welchem Freakst du da hin? Mit zwei. Achso, okay. Oh, ein Patchy! Welches Level bist du? Ja. Ah, du bist ja niedlich, ich töte dich. Müsste TomTom wollen wir. Weiter! Das ist TomTom. Äh, was lauft ihr weg von mir? Äh, wovor lauft ihr weg? In mich? In mich? Wie? Das klang jetzt auch wieder merkwürdig, was? Ja, das klang falsch. Sehr falsch. Das kannst du doch nicht bringen! Ich rette dich! Ha! Nicht! Doch, ich habe den, ähm, Raptor einfach mitgenommen. So, wir können endlich abladen. Hier, das ist ja irgendwie extrem laggy. Was bist du für ein komisches Ding? Ja, keine Ahnung, was du auch los hast momentan. Bist du lieb? Du steckst in meinem Dings fest. Du bist niedlich. Ich muss dich töten. Oh, nein! Ich bin von vorne. Also, bei Keksi könnte definitiv so eine kleine... Special Fall. ...Zaw-Einlage sehen. Ich muss dich töten, ich krieg dich! Oh, ist dagegen noch niedlich. Ey, ich möchte nicht wissen, was sie mit dem Todes macht. Ich guck nach unten und hab 14 FPS, ey, wie schlecht ist das denn? Story of my life, bitch! Sie hat gerade mal zwei! Nein, ich hab acht. Oh! Echt? Hm? Das ist traurig, oder? Neuer Rekorder. Was soll ich tun? Ne, zum Server sind 25, also da war nichts auch nicht. Ein Ding ist 21. Ich finde, die Affaires sind hier sehr schwankend. Keine Ahnung. Von 30 einfach mal runter auf 5, weißt du? Aber auch nur mal an der Ecke, das ist so extrem. Und immer wenn ich nen Baum haue. Ja. Nasenbein-Schwein! Weil dann weckt der ganze Server auf einmal. Nasenbär-Schwein! Boah, war das dumm. Nasenbär-Schwein? Ich hab Nasenbein-Schwein gesagt. Das ist furchtbar. Ja, machen wir 100 Folgen wieder hier auf dem Server und dann ziehen wir wieder um. Nein. Nein. Noch nicht. Schon morgen. Ja. Noch nicht. Level 28. Kommt noch. Und Level seh ich nicht. Wo bist du? Wo ist Keksi eigentlich? Und Level? Was für ein Level bist du? Ach doch. Ja, wir müssen einfach damit leben, dass es so ist, ne? Also... Wie ist... Wie ist was, hä? So wie arg ist... 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 So laggig. So buggy. So arg eben halt. Ja. Boah, ich hab den noch getroffen, ey. Wie gut ich einfach bin. Ist das Spiel eigentlich auch so beschissen auf Konsole? Auf Konsole soll's gut sein. Okay. Keine Ahnung. Da haben sie ja richtig viel Mühe reingesteckt, anstatt, ne? In die PC-Version noch was zu machen. Obwohl wir Anhänger der ersten Stunde sind aber selke. Ja. Wir haben doch nur die Kohle gebracht. Ja. Eben. Die werden nur abgefischt fürs Geld. Ja, es ist schon traurig. Aber trotzdem spielen wir das Game. Oh. Eigentlich sind wir dumm. Aber es macht halt doch irgendwie... Es ist ganz nett. Ist auch... Ja, wenn man damit mal angefangen hat, ne? Also... Ja, wären die Bugs auch nicht, dann würde es natürlich noch mehr Spaß machen, ne? Aber... Wo die... Wo das Spiel hingeht, ist ja schon die richtige Richtung, ne? Ja, gut. Ich hab mir aber auch gesagt, also wenn der Release wirklich folgt und... Die Fehler, die jetzt noch drin sind, dann nicht wirklich... Einigermaßen behoben sind. Ich glaub, dann lass ich auch ARC wirklich... Ja, es gibt ja noch... Obwohl die auch sehr lange gebraucht haben mussten. Also... Ja. Aber das Team ist kleiner. Ja gut, dann ist das... Und die haben sich auch nochmal komplett neu orientiert vom Team her. Alter, diese Flugsaurier mach ich BAM weg! Wegen den Shadern, ich glaub das... Bist schon so ein alter Badass-Matterfucker, ne? Oh yes! Hat jemand Neues übernommen gehabt und 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 von daher... Ja klar! Witzigerweise ist mir aufgefallen, Spiele, die von... Äh... Kleinen Entwicklerstudien sind oder auch kleine Teams nur haben, werden meistens besser programmiert. Ja. Bei denen ist es wichtig, dass das Spiel wirklich gut rüberkommt. Gut, hier geb ich vielleicht auch Wildcard nicht ganz die Schuld mit, weil eben halt... Es ist ne Mod, das dürfen wir alle nicht vergessen. Es ist privat. Ähm... Es ist auch in Ordnung, wenn das Spiel Fehler hat, auch mal ruckelt und sonstiges. Aber wenn ich mich jetzt hinsetze und mir einfach mal die Performance vom ARC durchlese, was ARC für minimale und empfohlene Performance-Werte haben möchte... Ja. Nicht nur das, und wenn du dir dann auch nochmal anguckst, wenn du die maximale erreichst, dass du das Spiel noch nicht mal auf voller Grafik auf 60 FPS spielen kannst, das ist schon ziemlich hart. Hallo, ich erreiche in allem die empfohlenen Werte, in allem und noch ein wenig drüber... Wieder Fehler! Oh. Weiter hast du. Du hast wieder losgeflogen. Ja. Dann machen wir doch mal wieder ne Pause, ne? Ja, äh, dann führe ich meinen Gedanken noch schnell aus und dann, ne, äh, gehen wir in die Pause. Ja, was ich gerade noch sagen wollte, ähm... Es ist ja so, ich merke es ja selber, ich erreiche die empfohlenen Anforderungen, ob vom CPU, vom Arbeitsspeicher her oder von der Grafikkarte her. Und ich habe solche Probleme. Das ist es, das ist es. Weiß nicht, was momentan bei mir diesen Fehler auslöst. Steht das nicht in der Meldung, irgendwie? Das wird ja extrem lange Code sein, wird das. Ja. Das soll angeblich immer die Grafikkarte sein. Ja. Weil ist ja nur für NVIDIA. Ähm, ja gut, wir verabschieden uns dann mal eben ins Präuschen. Für euch gleich wieder nur ne kleine Überblende. Bis gleich, ciao! 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 Und damit willkommen zurück bei ArcкийTogether Valhalla! Valhalla!!! Valhalla! 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 Ja, ihr wollt mich heute verarschen oder was? Howdy. phải namen. Ja, wichtig? Okay, woher war man hier? Ja, wir sind mittlerweile zurück auf der Insel. Das hat dann doch alles etwas länger gedauert. Läger. Bei dem einen oder anderen. Jetzt haben wir einen Mega-Lag. Ich will Level verpunkten. Level verpunkten, genau, vergeben hier. Punkte vergeben. Punkte verbinden? Ja, Punkte verbinden, Willa. Ja, wie soll Punkte verbinden? Ey, du musst deinem Kollegen nicht helfen. Das ist nicht nötig. Ja, gut, dann töte ich dich halt auch. So, Apex 2.0 ist auch schon über 200. Tja, dein Kollege ist tot. Ja, so ein Scheiß. Gut, ähm, ja. Wir wollen weiter bauen, würde ich sagen, ja. Ähm. Ich bin schon fleißig dabei. Ach, du bist schon fleißig dabei. Sehr gut. Ich hoffe, ihr setzt keine Wände, ne? Ich hab noch Wände. Nee, ich bin gerade dabei, hier die, die, die Plattform zu machen, wo die, wo der Turm draufkommt. Ach so. Weil ich bin einfach so am Jagen. Weil ich es kann. Ja, Keksi macht wieder nichts anderes. Wie immer eine. Also nur Jäger folgen bei ihr momentan. Nur töten. 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 Ja, dann bauen wir auch noch mal ein paar Foundations da, weil ein bisschen was ist ja noch zu tun. Ähm. Holz haben wir jetzt genug, aber keine Fasern. Ich wette, darum hat sich keiner gekümmert. Ach, das ist doch da in dem einen Schrank auf dem anderen Schiff. Ach ja, stimmt. Oh, hier ist so ein Flugusaurus, den wir hier haben. Bist du gut? Bist du gut? Leg. Standbild Leg. Leg. Da, Kael, das war nicht intelligent. Wieso, nur weil das Mammut sich befegt? Ja. Und ich habe auch noch einen um die Ohren gekriegt. Oh. Ja, frech halt hier. Du nackter Mann, du. Prügelein. So, das Mammut ist wieder auf dem Floß. So, ähm. Na, wie groß bist du denn, Schnuffel? Boi, Schnuffel, Poitzi, Eidigai, Eidigai, Eidigai. Oh, Level 8. Was siehst du denn? So ein... So ein Kackvieh. So ein Flug. Ach, du willst so ein Flugteil haben. Oh. Ihr sagt das doch, dann halten wir anderen auch vielleicht ein bisschen aus. Schau danach. Ja. Ich kann nicht, ich habe keine Ruhe mehr. Macht nichts. Keksi, wo hast du Wände gelassen? Hab ich bei mir. Soll ich die bringen? Ja. Oh, Leck. Oh Gott, bin ich fertig. Was sagt ihr jetzt für den Größen jetzt hier? Das ist ein Sechzehner, der ist scheiße. Wieso hab ich hier nur drei? Ach, nee, soll ja ab hier angehen. Genau. Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Dim, dim, dim. Hmm. Level 44. Ja, da ist auch nichts hier. Das muss höher. Minimum 100. Minimum. Alla mini, 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 minimum. Mini, mini, mini. Mini, mini, mini. Mini, mini, mini. Christian, cat, yeah. Toll. Tolle Reaktion. Ich heil aber jetzt das Maul, ihr Penners. Was denn? Ich heil, die sind hier. Ich heil, die sind hier. Das können wir hier alle mal hier. Oh. Mach doch mal ein Scheißel lecken. Mach doch mal ein Scheißel lecken. Ich heil. Hau mir hier keine hin, ne? Nein. Ja, herrlich. Was wäre denn die beste Reaktion auf mini, 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 Würstchenkette? Wer wollte das hier weiter singen, aber ich kenne die Texte nicht weiter. Ich auch nicht. Ja, okay, was lassen wir uns denn hier einfahren? Einfach mal noch mal. Ähm. Ja, ich bin dann morgen da, ne? Das ganze Ding wahrscheinlich auch Stelzen bauen müssen, ey. Ich lage doch nicht daran, dass das Viech fett war. Das ist einfach langweilig. Äh, langsam. Langweilig. Langweilig. Äh. Ja, bei mir ist das auch so. Flügelbewegung ist irgendwie... Oh, wir haben gerade gar keine Probleme. Warum seid ihr nicht da? Haben wir 30 FPS. Ich bin der Kirby. Gar keine Probleme. Ach, halt die... Bitch. Dein Maui. Das warst gerade du, was da abgestürzt ist, ey. Oh, was ist noch mal, Leute? Habt ihr euch lieb? Nein. Habt ihr in die Küchenhöhle? Ich merk's, oder? Gehen, da ich beide auf die Stelle treibe. Oh, ja. Dann schubst ich ihn runter, was? Oh, der war voll gut. Da hat noch Eigenlob, Alter. Das gibt's gar nicht. Eigenlob stinkt, Mann. Das ist mir doch egal. Ja, was rennen hier für Dodo-Herden durch die Gegend? Ist voll cool, ne? Das ist voll nervig. Ich hab auch schon so ein Türeingangs-Dingens gebaut, falls ihr wisst, wo die Tür hin soll. Ich bin da! Ich bin da! Hier ist keiner. Wo seid ihr? Ich bin weg. Müssen wir alle feiern. Keksi ist da. Yeah! Hallo! Ich hab sie ja kacka gemacht. Äh, da ist mein Inventar. Ich hab'n Leg. Leg, Standbild, Leg, Leg. Standbild, Leg. Null, null FPS. Ach, kacki, die Wände hab' ich bei Dings drin. Hier, einmal das da. Heifer? Ja? Hast du noch, äh, Pollas? Ja, äh, aber nur drei. Ja, würden schon reichen. Ich brauch hier welche. Ich kann euch gerne mit Keksen sich auch prägen. Okay. Unter dem Teil brauch ich hier, äh, Hast du das mitgenommen hier raus? Ja, hab ich. Hier, warte. Bleiben Sie stehen, Herr Alpha. Ja. Danke. Alter, 35, die hab' ich jetzt. Hui. Uiuiui. Wo flieg' ich denn jetzt hin? Ich glaub' ich kam so aus der Richtung, dann flieg' ich klar, glaub' ich, wieder hin. Hm, wir nehmen den hier. Dü, 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 dü. Ich glaub' der Turm ist ein bisschen groß geworden, oder? So, da haben wir die Ecke fertig. Schauen wir noch mal hinten. Ja, da hat er die Hälfte vergessen. Äh, wir müssen neue herstellen. Ja, es ist ein bisschen sehr groß geworden. Ja, ne, oder? Wow, ja, doch. Ja, das geht eigentlich nicht zu brechen. Und wieder fängt dann mein kleiner Finger einzuschlafen. Weil die ganze Zeit auf die Wälde hinstellst. Ja, da müssen wir auf der anderen Seite aber auch so weit rausgehen. Also auf der anderen Seite, ähm. Bis drei. Winterbium ist ja jetzt für mich verboten, also guck mich mal woanders rum. Wo ist denn jetzt dieses Fliegedings da? Ich hab' nicht gesehen. Du verhungerst schon wieder, ja. Ich geh' immer kurz dazu, Mammut. Wir kommen gleich wieder. Er ist schon wieder am Verhungern. Wir. Bis Körbele. Boah, wie hat Keksi jetzt nix Exbares hier, ey. Wie sowas Essbares. Ja, wenn du die ganze Zeit auf der Jagd bist hier. Du hast halt mein Vogel. Toll. Ey, guck in den Wolf, da ist Fleisch drinne. Du musst nur braten. Ich hab nix da gelassen. Also der hat gut drinne, so. Ist ja ne Wahnsinnshilfe heute wieder. Also ein Wolf, das ist Fleisch drinne. Du bist doch die Jägerin hier von oben. Ja, aber ich bin doch nicht fertig mit Jagen. Ja, aber du musst doch immer daran denken, dass wir versorgt sein müssen. Wir bauen doch dein Haus, damit du nicht auf der Strafe lebst. Scheiße, hier ist echt nix. Ja, dann geh an den Wolf. Ich hab' da Fleisch drinne. Wir haben mal. Ja, da ist auch noch was. Archie ist auch noch was drinne. Jetzt dehidere ich auch noch. Jetzt kommt alles hier. Du musst mal mehr auf deine Gesundheit achten. Aber was denn das hier Gesundheit? Kenn ich nicht. Iiiiih. Ja, echt Iiiih. Kann man das essen? Ist ungesund, glaub ich. Fliegt schneller, fliege Viech. Alter. Der scheiße, ist mir echt verarschen, ey. Kennt ihr das? Ihr setzt immer eine Wand ran, richtig, ne? Und sie sitzt richtig. Und dann setzt ihr sie und dann ist sie doch verkehrt rum. Ja, gar nicht. Wieso kriegen sie diesen Bug nicht behoben, ey? Als sie sich denken, das ist ein tolles Feature. Ja, dass du die Wände fünfmal baust, ey. Ja. Ich glaube, die machen ihr Spiel mit Absicht unbeliebt. Ja. So ein bisschen, manchmal ja. Wo ist er jetzt? Flo? Leck, Leck, Leck. Hihihihihi. Hihihihi. Ich bin nicht die Person, die den Leck generiert. Was machst du da? Ich? Ich kämpfe. Achso, ich auch. Aber ich kämpfe auf einer Insel, wo ich gerade... ... ich... Die Lust sind, die alle reingerendert wurden gerade. Ihr genießt euch eine Runde, Brutzeln. Gehen wir auch schon wieder in die nächste Folge. Ich bedanke mich für's Zuschauen bei euch. Ich kann grad nicht. Ich prüge mich gerade. Ich kann auch nicht ausmachen. Warte, warte, gib mir ne Sekunde. Lauf nicht von mir weg. Warte, 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 warte. Aua, aua. Oh, der will nicht sterben. Warte, der ist hartnäckig. Wo ist der denn jetzt? Ich möchte nur meine Ausbau und Ruhe holen. Ruhe. So. Okay. Jetzt kann ich. Tschüss!